Freuen Sie sich auf das Osterfest auf Heimatkanal. Jetzt wollen wir endlich wieder einmal einen anständigen Kaffee trinken. Wir haben ein buntes Osternest für Sie zusammengestellt. Die schönsten Heimatfilme, die größten Schauspieler. Und das 100 Stunden lang am Stück. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Das ist Ostern auf Heimatkanal. Das große Heimatfilmfestival. Vom 19. bis 22. April. Nur auf Heimatkanal.